Diese Diener des Imperialismus, diese Heiden, was hat er getan? Das Verbot der Totenkopfhaube, das Kopftuchverbot, das Kopftuchverbot und dann das Verbot von Sachen an Universitäten. Sie haben die Sache jahrelang hinausgezögert. Nicht ein einziger Nagel wurde eingeschlagen. Diese Partei kam, der Säkularismus läuft aus dem Ruder. Irtika wird kommen. Sehen Sie, diese Regierung setzt den Säkularismus am besten um. Nein, 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 wir reden hier mit Ihnen. Lerne erst einmal Zähneputzen. Schau mal! Hören Sie, ich schwöre, ich rufe 155 an. Hör zu, ich rufe 155 an. Ich lasse dich verhaften. Wir führen hier eine Abtreibung durch. Ich werde ihn verhaften lassen. Pass auf, was du sagst. Verräterin! Vaterlandsverräterin! Hier werden Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Verteidigen Sie... Das war Schauer. Ich war ja denke 7000 ab Objectes. 18000 Verräterin! Untertitelung des ZDF, 2020